Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn, und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was der Vater zu ihm spricht. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. Seht, ihr lieben Kinder, seht, wie es dem Philipp weitergeht, oben steht es auf dem Bild. Seht, er schaukelt gar zu wild, bis der Stuhl nach hinten fällt, da ist nichts mehr, was ihn hält. Nach dem Tischtuch greift und schreit, doch was hilft's zu gleicher Zeit, fallen Teller, Flasche und Brot. Der Vater ist in großer Not, und die Mutter blickt es stumm auf dem ganzen Tisch herum. Nun ist der Philipp ganz versteckt, und der Tisch ist abgedeckt, was der Vater essen wollte, unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen, alles ist herabgerissen. Suppenschüssel ist in zwei, und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr.